Hier, Sons of Anarchy, da steht's auch, Alter. Sehr nice. Bereit. Der Marino voll schwul, Alter, wenn da reinguckt. Ach, ich bin Monster Truck Fahrer und hab ein Messer. Stich dich ab, Ammonakon. So werd ich dich abstichen. Ist die Kerne, Ammonakon. Ach du Schade, Alter, was ist das denn, Mann? Huia! Scheiße! Ja, ja, süß, ich schießt doch nicht. Was ist das denn, Mann? Oh. Oh, fuck, fast der Jinglaut. Was ist das denn, Mann? Verpiss dich, verpiss dich! Ja! Ihr Fotzen! Wem hab ich denn da runter geholt? Just Pro 10, Alter. Die Kerne, Ammonakon. Der schaut jetzt zu. So. Ich ficke deine Mutter. Ah, fast hätt ich ja sie gehabt, Mann. Ich bin da. Den hab ich runtergekriegt. So. Ich habe ihn jetzt, der letzte. Huia! Nein! Shit! Das hätt ich schon gehabt, Mann. Nee, Chris, Chris. Ja, wie, wie, ja. Schieß auf jemand anderen hier, schieß auf Carly, der hat sich nicht zu verdienen. Habe ich dich? Habe ich dich? Aber fast, ja. Carly holst du hin, Alter. Das kann es nicht sein, ich fliege immer wirklich... Nein. So richtig haarscharf knall ich immer bei dem vorbei. Richtig haarscharf. Ach, dicker, das war mit Absicht, ich tu nicht so. Du, Car-Klappen, durfst du mich mal hingekillt. Komm, zwei, drei, zwei. Es gibt doch drei Runden, glaube ich, oder so. Ach, jetzt sind wir Sniper. Ja, das war's. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.